Der neue Renault S-Bus ist 4,85 Meter lang und 1,87 Meter breit. Er kann mit fünf oder sieben Sitzplätzen ausgestattet sein. Seine kompakte Höhe von 1,68 Meter und eine um 16 Zentimeter höhere Bodenfreiheit beeinflussen positiv die fließenden Linien der Karosserie. Der großzügige Radstand von 2,88 Meter vermittelt Dynamik und schafft Raum im Fahrzeuginneren. Die ausdrucksstarke Frontpartie des neuen S-Bus zeigt unverkennbar das Renault-Markengesicht. Die neue Lichtsignatur verleiht dem S-Bus hohe Strahlkraft, sowohl im übertragenen als auch im wahrsten Sinne. Sein muskulöses Profil unterstreichen die akzentuierten Flanken der Radkästen, die serienmäßig 19 Zoll Räder aufnehmen. Von der Seite ebenso auffällig sind die Chromeinfassungen der Seitenscheiben mit dem nahtlosen Übergang zu den Außenspiegeln. Die fließenden Linien der Karosserie begünstigen die aerodynamischen Eigenschaften des Fahrzeugs. Die 2,8 Quadratmeter große Panorama-Frontscheibe fügt sich in eine feststehende Dachscheibe über den vorderen Sitzplätzen ein und sorgt so für ein Gefühl der Lichte und Weite. Ein Panorama-Glasschiebedach wird optional angeboten. Die Schlussleuchten komplementieren die ausdrucksstarke Lichtsignatur des Fahrzeugs.